Leider muss ich sagen, dass ich deine Hilfe brauche. Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für Unmogale schalten. Die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von Testergebnissen aus dem Hyperion-Reservat zahlen würden. Solche Leute sind einfach nur dumm. Die quell ich, das? Du denkst, sie geht uns? Achtung! Ich verliere Blut! Gib mir Deines! Niemals aufhören zu killen! Niemals! Scheibat! Scheibat! Ah! Oh, hey, du bist im Reservat. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du, du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Loot im Passat. Spannende Musik Was für ein hübsch schlimmer das ist? Was für ein Hübsch! 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 Ich hab dir ja gesagt, das ist so falsch! Was für ein Hübsch! 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 Perde! Anni TRN 4 Clip! Perde! Es Krise! Sie können ja auch голde! Was für ein Hübsch! Wenn esarf damit frem savez! Es gibt dann auch einen Hübsch! O dense hier! Hast du sie gefunden? Geht's dir gut? Suchst du Bloodwing? Oh, ich hab sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Bloodwing ist nicht da? Verdammt! Jack verrascht uns. Warte mal, warte mal. Da hört sich was zum Observation Wing. Vielleicht haben sie sie dorthin gebracht. Aber geliefert, werde ich das Reservat verarbeiten. Da gehört der Schmerz hin! Explosionen des Temens! Gebelich nicht weg! Gebelich nicht weg! Gebelich nicht weg! Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.